Ja, die Art, wie sie mich gängelt mit beleidigtem Gesicht, die mag ich nicht. Röttelt sie wie der Staatsanwalt am Obergang gerecht. Und sie redet sich in Rage und sie zieht sie über mich her. Doch die Art, wie sie dann plötzlich wieder nacht, die mag ich sehr. Wenn sie so tut, als wäre ich der größte Böse, nicht, das mag ich nicht. Rettelt bei uns, schmalt gar nichts mehr, sie macht die Hände nicht. Ich mag es nicht, wenn sie so tut, als ob ich 16 wäre. Doch die Art, wie sie mir Küsse gibt, die mag ich umso mehr. Ich mag es nicht, wenn sie so tut, als ob ich 16 wäre. Und wie sie manchmal über meine besten Freunde spricht, gefällt mir nicht. Ja, alle sind sie Lumpen, nur auf Abenteuer erwischt. Da wird aus jeder Mücke nur ein Elefant. Sie und ihre Freundinnen die Tratschung an der Hand. Ich zerbreche mir den Kopf, ich werde einfach nicht schlau aus dieser Frau. Wenn sie weg ist, fehlt sie mir, das weiß ich genau. Ich komme nicht dahinter, vielleicht bin ich zu blöd. Doch höre ich immer öfter, dass es anderen ähnlich geht. Ich sage mir, ich sage mir, das weiß ich ja genau. Ich sage mir, Leute, du bist sind die Frage. Vielen Dank.